Was ist Ökozid? Ökozid ist Zerstörung der natürlichen Umwelt durch vorsätzliches oder fahrlässiges, menschliches Handeln. Ihr Verbrechen ist nichts weniger als versuchter Ökozid. Was ist Ökozid? Ökozid ist Zerstörung der natürlichen Umwelt durch vorsätzliches oder fahrlässiges menschliches Handeln. Ihr Verbrechen ist nichts weniger als versuchter Ökozid. Was ist Ökozid? Ökozid ist Zerstörung der natürlichen Umwelt durch vorsätzliches oder fahrlässiges menschliches Handeln. Ihr Verbrechen ist nichts weniger als versuchter Ökozid-Tunkt-Tunkt.